Honky Tonk Slap beginnt mit Heel, also Heel, Toe, Heel, Hook, Step, Lock, Step, Ransetzen. Heel, Toe, Heel, Hook, Step, Lock, Step, Ransetzen. Noch einmal. Heel, Toe, Heel, Hook, Step, Lock, Step, Ransetzen. Jetzt gehen beide Fußspitzen nach außen und beide Hacke nach außen, beide Hacke nach innen, beide Fußspitzen nach innen, die rechte Fußspitze nach außen zurück und die linke Fußspitze nach außen zurück. Mal drüben, sieben, acht. Spitze, Hacke, Hacke, Spitze, Spitze, rechts, Spitze, links. Nochmal, sieben, acht. Spitze, Hacke, Hacke, Spitze, Spitze, rechts, Spitze, links. Okay. Wann haben wir die Hälfte schon geschafft? Sieben, acht. Heel, Toe, Heel, Hook, Step, Lock, Step, Ransetzen. Heel, Toe, Heel, Toe, 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 Heels, Vivid. Und dann Heels, Toe, Toe, Vivid und Toe, Fan. Das kriege ich in der kurzen Zeit, in der wir die Schritte machen, damit alle gesagt. Deshalb mache ich das anders. Sieben, acht. Heel, Toe, Heel, Hook, Step, Lock, Step, Ransetzen. Heel, Toe, Toe, Heel, Toe, Toe. Dann machen wir einen Rocking-Chair. Den Schritt nach vorne mit rechts, mit einer Viertel-Links-Drehung. Schritt, Staff, Schritt nach vorne, Staff. Okay. Wir stehen auf links, sieben, acht. Rocking-Chair. Schritt, Staff, Schritt, Staff. Ich habe ein bisschen anders in Erinnerung. Schritt, Staff, Schritt, Staff. Okay. Ich hole mal schnell mein Handy. Lüfterhose mitkriegen, wenn ich zwischendurch mal gucke. Und dann suche ich mir das schnell raus. Und wir machen aber auf jeden Fall jetzt hier hin. Sieben, acht. Heel, Toe. Heel, Hook, Step, Lock, Step, Ransetzen. Toe, Heel, Heel, Toe, Heel, Heel, Toe. So, Pong, Pong, Slap. Dann gucke ich mal gerade mal schnell auf die Originalbeschreibung. Geblü, 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 da ist sie. Dann gucke ich nochmal schnell. Und dann, Pong, Step, 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 Rock, Schritt, Staff. Okay, da ist sie gleich. Dann bleibt es dabei. Dann könnte ich uns wahrscheinlich noch falsch in Erinnerung. Weil ich hatte in Erinnerung, dass wir den ersten Schritt, Staff nach vorne machen. Und dann mit einer Vierteldrehung. Aber wir machen das so, wie das in der Beschreibung steht. Das heißt, wir machen eine Rocking Chair. Step, Vierteldrehung, Staff. Step, nach vorne, Staff. Okay. Dann fängen wir mal dran. Sieben, acht. Heel, Toe, Heel, Hook. Step, Lock, Step, Run. Der Finsch hat, der Finsch. Toe, Heel, Heel, Toe, Toe, Toe. Rock, Step, Back, Rock, Step, Staff, Step, Staff. Okay, machen wir für mich nochmal. Sieben, acht. Heel, Toe, Heel, Hook. Step, Lock, Step, Run. Toe, Heel, Heel, Toe, 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 Rock, Step, Back, Rock, Step, Staff, Step, Staff. Okay, jetzt hat er bei mir gut geklappt. Erstmal mal der Prof. Sieben, acht. Heel, Toe, Heel, Hook. Step, Lock, Step, Run. Toe, Heel, Heel, Toe, 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 Rock. Step, Back, Rock, Step, Turn, Staff, Step, Staff. Okay, jetzt haben wir hier den Staff gemacht. Und jetzt kriege ich das nicht so schön hin wie die Stafferin im Leben. Wir machen den Schritt aus dem Staff. Eins, zwei, drei, vier. Breakwein nach links mit dem Tippen. Also, die macht aus dem Sieben acht. Eins, zwei, drei, vier. Dann macht ihr noch eins, zwei, drei, vier. Ich kriege das nicht hin. Ich bleibe bei meiner Art zu tanzen. Wer das kann, sieht super schön aus. Aber ich glaube, bei mir nicht. Das ist ein Plassisches. Also, wir machen nochmal ab. Wir machen den Rocking Chair. Sieben, acht. Rocking Chair. Schritt, Staff, Schritt, Staff. Eins, zwei, drei. Clap und Crackwein. Oder Slap, heißt es. Okay. Tanz fertig. Okay? Wir machen mal ab. Sieben, acht. Heel, Toe. Heel, Hook. Step, Lock, Step, Run. Heel, Toe, Toe. Heel, Heel, Toe, Toe. Rock, Step, Back, Rock. Step, Staff, Step, Staff. Rechts, links, rechts. Slap, Crackwein, links, Tipp. Okay. Zweite Wand. Sieben, acht. Achso. Zweite Wand. Ja, machen wir bis zum Ende. Sieben, acht. Heel, Toe, Heel, Hook. Step, Lock, Step, Run. Toe, Heel, Heel. Toe, Toe, Toe. Rock, Step, Back, Rock. Step, Staff, Step, Staff. Eins, zwei, drei. Step, Crackwein, Tipp. Und jetzt machen wir vier Schritte mit Klatschen, jeweils eine Achtel. Da heißt, wir laufen quasi, aber wir machen ja nur eine Halbepräume. Achtel, Viertel, Achtel, Viertel. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das haben wir nach der zweiten Runde. So, dann machen wir auf zwölten Runde wieder anfangen. Und dann haben wir nur noch in der zehnten Runde auf drei Urnen, wie es da ist. Okay, wir machen mal erste Runde, zweite mit der Brücke und gehen dann noch einmal ganz rum. Sieben, acht, Heel, Toe, Heel, Hook, Step, Lock, Step, Run, Toe, Heel, Heel, Toe, 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 Walk, Step, Back, Rock, Step, Staff, Step, Staff. Eins, zwei, drei, Slap, Crackwein, Anfang. Heel, Toe, Heel, Hook, Step, Lock, Step, Run, Toe, Heel, Heel, Toe, 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 Rock, Chair, Schritt, Staff, Schritt, Staff. Eins, zwei, drei, vier, Crackwein, jetzt kommt die Brücke. Eins, zwei, drei, vier, und Anfang. Ich habe jetzt, wie du die anderen denkst. Heel, Toe, Heel, Hook, Step, Lock, Step, Run, Toe, Heel, Heel, Toe, jetzt habe ich mich mit dem Franschmus. Walking Chair, Schritt, Staff, Schritt, Staff, eins, zwei, drei, vier, Crackwein, Anfang. Heel, Toe, Heel, Hook, Step, Lock, Step, Run, Toe, Heel, Heel, Toe, 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 Walking Chair. Schritt, Staff, Schritt, Staff, eins, zwei, drei, vier, Crackwein, Tip. Heel, Toe, Heel, Hook, Step, Lock, Step, Run, Toe, Heel, Heel, Toe, 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 Walking Chair. Schritt, Staff, Schritt, Staff, eins, zwei, drei, Crackwein, Tip. Heel, Toe, Heel, Hook, Step, Lock, Step, Toe, Heel, Heel, Toe, 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 Walking Chair. Schritt, Staff, Schritt, Staff, eins, zwei, drei, vier. Okay, wie gesagt, in der zehnten Runde auf drei Uhr, also da, wir würden ja jetzt quasi die fünfte anfangen. Dann, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte, fangen wir hier die zehnte anfangen. Wir fangen an die zehnte an. Dann machen wir Heel, Toe, Heel, Hook, Step, Lock, Step, Toe, Heel, Heel, Toe, 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 und Heel, Hook, Heel, Hook, Step, Lock, Step, Toe, Heel, Heel, Toe, 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 und Heel, Hook, Heel, und Anfang. Genau. Okay. Das sollten wir hinkriegen.